Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf seinem Kanal. Wahnsinn, korrigi böse. Heute sind wir am Start mit Chinken, mit dem riesen Chinken, meine lieben Freunde. Wir spielen heute den Pizza Hut Cup mit Reason. Reason, was geht? Also Leute, wir sind am Start mit meinem Sohn und mit dem Godfather der Viewing Partys. Vielleicht erinnert ihr euch noch mit Chinken und Stompy, das besoffene Duo. Erinnerst du dich noch, Reason? Ja, klar. Es spielen 45, ne 48 insgesamt mit und ich zeige euch jetzt ein paar Sachen und zwar Teilnehmer. Böhm, wir haben mit dabei das beste Duo Europas und zwar Amar und Reason. Hey. Wow. Alter, das sind ein paar Sweats dabei, ne? Trevox, Tridan. Ja, aber HLMA, die kennen alle, die Mappen nicht mehr, also. Preisgeld sieht wie folgt aus. 3.500 Euro gibt es für den ersten, 2.000 für den zweiten, dritter kriegt 1.000, vierter kriegt 500. 5.000, der kriegt auch 500. Aber was noch? Punkteformat, oh, Punkteformat. Smart, 32 Punkte gibt es für den Sieg, Reason. Und 2 Punkte pro Kill. Das heißt, Placement ist wichtiger. Wir droppen der 20-Bomb. Wir droppen der 20-Bomb. Das sind 40 Leute und er sagt, wir droppen der 20-Bomb. Der Impuls ist auf uns, Amar. Glaube ich, oder? Ist er bei dir? Äh, weiß ich nicht. Er läuft vor ihm, ja, ja. Er ist über dir, er ist über dir. 100, 150, 150. Das war die Politik. One shot. Dann, 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 dann. Das, oh mein Gott, was ist alles in einem? Da war das, Emily Dolls. Kann auch noch, hier sind Impulses, hier sind Impulses. Ich habe neben uns im Bidding. Das ist auch den Sessenz. Red, 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 red. Ich glaube, ich habe den Puls auf die. Ich saum. Das ist im Building, glaube ich. Da ist im Building. Das ist runtergeschwungen. 100. Das ist unten drin. 100. One viel. Dead. Ich muss nicht hin. 70, 70, 70. 30 krieg. Chill einfach. Chill, chill, chill. Amar. Ja, ja, ja. Er kommt. Dead. Opfer, Digga. Scheiß Opfer. Gehen wir hin? Mh, Ports ins Haus, glaube ich, wäre gut. Ich klappe mal hier hoch. Ja, wenn ihr jetzt jemand drin kämmt, ne? Ich würde sagen, wir gehen sogar in den Busch. Pass auf. Ich mach rein. Komm, sag, 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 sag einfach in den Busch. Wenn ihr immer rein im Puls oder sowas, panikt nicht. Falls wir auseinander sind, Impuls zu mir und ich rift. Die wissen, dass wir hier drin sind, Digga. Okay, das wird's ja beinahe. Das ist ein Solo. Lass aber auch wir fliegen in den Busch, hä? Ja. Warte, guck mal, wenn er ins Haus drin ist, wenn er ins Haus drin ist, aber angeschossen wird einfach. Er ist im Haus, er ist im Haus. 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 Mami, kannst du mir kommen? Komm, wir müssen jetzt slow einfach move, wir riften jetzt auch nicht, okay? Einfach mit, wie viel Splash hast du? Aber das sind nicht zweier Tics, ne? Das sind mehr Tics. Ich weiß, ich weiß, wir gehen jetzt einfach ins Glas erstmal, okay? Du musst das Schrift nehmen, komm. Komm, das Schrift, hier on me. Das Blöch ist. Komm, du musst reinschmecken. Du bleibst mal hoch, bleibst mal hoch. Du musst uns irgendwas aussuchen, mach's hier einfach. Da oben ist einer? Ist da irgendwie ein Busch? Weiß nicht, nein, chill einfach chill einfach. Lass einfach umbleiben. Ey, wir können hier hoch. Ja! Los, also. Ich bin tot. Ich geh runter, ich geh runter, ich geh runter. Da steck dich hinter den Menschen, Armer. Mag, mag, mag. Oder da, ja, da. Nee, du bist da hinten jetzt gedeckt. Kannst du weglaufen, zu mir auf dem Punkt? Hintermitten auf, Leute, Digga. Du bist tot, oder? Was ist denn das? Ich bleib einfach für immer. Auf mir werden gleich sechs Impulses sein. Und Smokes. Da. Nein, nein, du kannst Impulsen und meine Impulses mitnehmen. Sechs Stück. Ja. Und dann riften. Ja, hier ist jemand. Und ich... Und Impuls, Leute, raus. Ich weiß nicht, was in dem Fall es sein muss. Ja. Ja. Geht am besten nicht rein. Die Ausnahmen, ja. Du kannst hier einmal splashen. Du brauchst sogar nicht. Du hast dein Kill bekommen. Top 4, Top 4. Du bist nicht dran. Verzack, Verzack, ich kann mich nicht bewegen. Musst du gleich riften. Sicher ist das Dünnen. Top 4, alles Duos. Es ist nur ein Duos auf dem Boden. Die anderen fliegen mit dir gerade. Du kannst alle gleich rausimpulsen. Du hast 6 Impulse. Du bist derjenige mit den meisten Impulses. Impuls. Nein, ich hab gejokt. Egal, GG's. Oh mein Gott. Dickes GG, Digga. Dickes GG, Junge. Wichtig. Alles gut, alles gut. Ich bin chilling, ich bin chilling. Die schießen nicht auf mich. Die sind über mir einfach. Ich hab ne Pizza halt. Ich bin weg. Ich bin im Haus. Ich bin im Haus. Ja, die kommen zu uns, Bro. Es ist 100. 150. Die Falten vor mir drin. 150 auf einen. Einer fliegt. Einer fliegt beim Dings beim Tornado. Bro, wir sollten hier schnell weg. Digga, geh einfach zu den Häusern hier. Wir müssen jetzt hier weg. Wir sind Solo. Wir sind Solo. Direkt vor mir. Direkt vor mir. Bro, bitte. Nein, links, links, links. Nein. Hammer. So, Digga, direkt hier am Baum. Direkt hier am Baum. Guck doch mal. Okay, 3, 2, 1, go. Digga, du bist so ein Affe. Okay, komm. Hier hinter. Ich dachte, das wäre ein... Na, okay. Na, gut. Ich war mein Bett. Er sagt einfach, nee, nee, nee. Er hat ihn nicht mal gesehen, Digga. Alter, Alter. Ja, chill doch einfach. Lass ihn doch kommen. Lass ihn doch erst mal kommen. Komm, geh hinter, jetzt. Geh hinter. Komm mir, Double Push mit Impulsis, dann wissen wir, dass er keiner mehr ist. Wollen wir? Digga, er wird Drehsteben. Ein zweiter Tag, sag nur, ne? Ne, jetzt sind Fünfer. Ich glaube, er ist rechts von mir gegangen. Ich habe zweimal full... Okay, hör mit zu. Wir müssen... Die Sonne öffnet sich nach rechts. Wir müssen rechts rum, äh, links rum sneaken. Und danach müssen einfach Impulsen. Und müssen im Edge stayen, okay? Und sobald wir angeschossen werden, wir müssen einfach aneinander am Arsch chillen. Und dann müssen wir einfach, äh, Rift angeschossen werden. Okay. Wollen wir nicht erst mal kurz hinter uns schauen? Ja, hinter uns. Der ist im Puls. Chill dir einfach. Nee, nee. Der ist... Ja. Das ist so. Warte. 3, 2, 3, 2, 1, go. Was? Ich gucke kurz, was er hat. Hat der Rift? Nee, der hat aber eine Taxi nämlich. Okay, komm wieder schnell. Ich hör nochmal. Pass auf, dass er jetzt nicht mehr zu uns kommt, okay? Ja. Oh, 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 oh. Oben. Pass auf. Der hat uns gesehen. Warte, mach mal den Markt weg, mach mal den Markt weg. Ja, ja. Also, ihr hast mit sich noch weiter. Wir müssen eigentlich Riffen, oder? Ja, Riffen wir jetzt schon sehr scheiße eigentlich. Ja, obwohl wir müssen halt. Ja, müssen. Wir müssen uns zwingen. Das links um den Berg, links um den Berg, oder? Wir können auf den... Ist er in so? Nee. Bleiben wir einfach an der Luft, keine Ahnung. Wir müssen da das Billen claimen. Das ist nicht drin. Fuck, was ist denn drin? Das hier. Das da? Go, rein, rein, rein. Oben, oben, ja? Nein, rein, rein, rein. Ja, aber oben ist auch so. Das sind welche, das sind welche, das sind welche. Ich bin einfach umdringeladen. Guck mal, ich bin bei dir. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Oh mein Gott. Ich impuls. Ich habe die weg im Puls. Ich habe die weg im Puls. Oh shit, da mal. Komm zu mir, komm zu mir. Ich komme, ich komme. Soll ich mich flashen oder nicht? Soll ich mich flashen oder nicht? Nein, nein, nein. Ich keck, ich keck. Och Mann, Digga. Hier, guck, hier Freakets. Die Falten da. Keck. Ich habe keinen Heal mehr. Schön. Minus 100 ungefähr. Schön. Hier kommt gleich noch ein Team. Kein Heal mehr, ich habe einen keck. Ja, der keck ist halt back, denke. Hier, wir nehmen noch mal 11. Oh, nee. Wir nehmen noch Hälfte Impulses. Ich habe sechs, ich habe sieben jetzt. Ja, ich habe auch neun. Scheiße, ich bin links. Okay, Impuls. Ist eigentlich egal, ist egal. Nee, nicht Impulsen, nicht Impulsen. Wir können links vernutzen. Kill nur hinten, glaube ich. Ich muss Impulsen. Wir müssen Impulsen. Hier hinten, hier hinten. Hier hinten, hier hinten. Ommi, Ommi. Hier heilt sich ein Ommi. Grund ab. Der ist. Anders hier irgendwo geriftet bei mir. Ich komme zu dir. Chill, wir müssen nach vorne. Der ist weg. Komm. Rechts von mir läuft jemand. Ich hole den Kill auf ihn. Nee, doch nicht. Impuls, Impuls. Rechts lang, rechts lang. Rechts durchs Wasser, rechts durchs Wasser. Wirft ihm Impuls ins Wasser hinten, das werden normale. Wir haben rechtzeitig geclaimt, haben wir gelockt. Da sind welche rechts oben. Da sind welche rechts oben. Ich habe ihn noch gefinished. Was? Top 6 war das. Top 6, ja. Top 6, 4 Kills. Das ist gut wieder. Okay, das ist sehr, sehr gut. Der eine ist oben rechts. Guck mal, oben rechts. Guck mal, oben rechts. Ich kann nicht. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Er wird gecrackt. Ja. Blast, du Vollidiot. Komm zu mir. Komm zu mir. Wir sitzen einfach hier in der Ecke. Oh mein Gott, Digga, was? Digga, was bringt ihm das? Ja, nichts, Digga, nichts. Die sind so schlecht, dass die nicht hier aus der Luft töten. Okay, wir müssen schon mal einen Plan haben, dass wenn es nicht klappt, was wir machen. Da ist einer im Busch, da ist einer im Busch, gerade. Wenn es nicht klappt, müssen wir hierhin gehen. Wenn wir hier geklaut werden, dann müssen wir einfach weg. Einfach überall winnen. Am besten irgendeinem Building oder so was? Top 11. Hier, das Ding, die Placement. Alles du es auch. 3, 2, 1, go. Z! Da, andere, da, andere. 90. 130. Mein Schieb, mein Schieb ist geriftet. Arrest ihn, arrest ihn. Ich hole ihn, ich hole ihn. Komm bitte. Mein Schieb. Nice. Nimm die, ähm, äh, nimm die Sache. Hier. Ob wir hinter uns kommen noch Leute. Hinter uns kommen Leute, ja. Du musst uns hier verstecken, komm. Warte, ich kann ihn töten da. Wir müssen uns einfach hier hinter uns verstecken, gerade. Okay? Wir holen die hinter uns. Glaub ich. Ich brauch mal WG. Du kannst es versuchen. Mach, 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 mach ich. Komm. Dein Grüß, okay? Hört uns. Ich bin raus, warte, ich kann den Impulsen. Stoppen, wenn du willst. Nein, nein, nein. Die Rechte im Busch, rechts im Busch, rechts im Busch, rechts im Busch. Du musst weg im Busch, du musst weg im Busch, du musst weg im Busch. Die einzigen, die auf dich geschossen haben, die auf dich geschossen haben, waren Duos. Okay. Impuls hoch und Impuls hin. Nein, chill. Oh mein Gott, da sind Impulses. Die brauchst du eigentlich. Entschuldigung, einfach. Top 8, vier Duos. Flashes. Das ist noch was hat man. Oh oh. Flashes, flashes. Fünf, fünf, fünf. Schade. Bluminen. Top 4. Was war Eis? Top 4? Äh, Top 5 warst du gut. Final Standings. wir sind vierter nein drei punkte das ist ein bruch warte mal drei punkte das ist ja dann 1000 euro hätten sogar erster rennen können ja hätten wir die ersten zwei runden was kraft du musst so sehen was 500 gemacht wo andere null gemacht haben das schlug der high chris an der hat so umsonst jetzt auch auf die standings gewartet kann julian kommen und pluto die denken diesen pros und dann kommen amma und reason wir haben 500 gemacht 250 ich sehe alles nur in farben nie mehr hard times ja ich lerne aus beim versagen sagt die wahrheit musste alles sie ertragen